hallo und herzlich willkommen zurück will ich doch hoffen wenn du das würde bedeuten ihr habt letztes mal zugesehen wie ich was gemacht habe was habe ich noch mal gemacht du hast kobold verschwendet stimmt kobold mit kobold ist ein bisschen asche die ganze auf meinen haupt streuen verdient nicht mal asche auf meinem haupt habe ich verdient so ich brauche jetzt höchstens auf seinem haupt verdient aber wenn dann bitte deinen weil der ist ja aus nutella nein ich weiß was ich machen wollte aber da habe ich eigentlich gar keinen bock drauf genau das gleiche was eine toka gerade macht ärzte machen eigentlich 42 die mann krass der reist also alle brauchen wir im moment nicht so unbedingt ich mache ein bisschen kupfer wir brauchen momentan nur gold und eisen habe ich dir letzte folge gesagt wir bist ein ganz schöner egoist heute für dein projekt ja aber für mein projekt brauche ich körper du sprichst ja nie mit mir echt nicht nein das mache ich nicht was ich spreche mit dir aber ich weiß nicht was du machst ich weiß nur dass du das mit den bienen aufgehört das wollen kein bock mehr so und dann habe ich gesagt ich habe macht den plant aber anders denn da habe ich gerade mehr lust drauf ja aber für was umzusetzen braucht man doch keine dessen ja ich muss ich brauche mehr eigentlich nein eigentlich kann ich den sludge boiler natürlich auch dahintragen wollte ich eigentlich auch gut dass wir das jetzt geklärt haben ich habe keine ahnung was geklärt wurde ich brauche gar nicht so viel wie heißen die dinger fluid dubs was ich brauche ist redstone wir haben null redstone es dauert wieder ich brauche nämlich mehr kabel ich nehme einfach diese kabel hier weg oder du nimmst einfach meinen redstone was da gerade angeflogen kommt das aber wie viel brauchst du mindestens neun für einmal dinger machen aber ich brauche noch mehr glaube ich ja ich habe weil ich muss ja ich jetzt noch fünf stück und ich brauche noch ein paar ok wie habe ich jetzt alle deine redstones ne fünf habe ich nur ok ich gucke nach sand da ist bestimmt keiner drin 57 sand ich habe schon wieder gesagt ich habe schon wieder falafel gesagt kommt raus ihr steine setzt euch bitte nach hinten hinten einstellen bitte was machst du warum machst du das in der kiste was du bist doch gerade in der kiste zugang oder nicht ja für ich ich pulverisiere sand nein das ist doch falsch den sand brauche ich doch verdammt sand kann man gar nicht pulverisieren oder doch dann kommt das draus habe ich jetzt das gemacht grundlagen von agrarian skies ja ich weiß aus stein wird krebel aus krebel wird sand und sand wird das ja ich weiß ich weiß zumindest weiß ich noch dass redstone aus sand kommt und nicht aus das sicher ja da bin ich mir ganz sicher das hatten wir nämlich schon mal das thema ja ich kann es mir irgendwie nicht merken ich habe noch ein stack sand und ich pack den sieber ja genau redstone kommt aus das gut aufgepasst doch holst bitte noch raus bevor es alles weg gesiebt ist vielleicht genau andersrum gedacht ja warte mal wir können natürlich auch noch mal in dem auto autonomes activator nachgucken oder hast du schon hast du schon gut gemacht was autonomes activator ja falls der sand da drin gelandet ist ach so jetzt weiß ich wieder warum ich die sachen da rein gemacht habe genau in den ach dingens bummens aus dem ganz einfachen grund damit man nicht immer alles aus dem hopper rausholen muss weißt du kannst du mir folgen ja 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 deswegen hat ich das mal da rein gemacht genau quasi tatsächlich so eisen haben wir doch noch mal ein bisschen was nein da ist schon kobalt drin wie kommt das denn da rein solange das durchgehender ist mache ich noch ein bisschen zieht oder ich könnte wie viel wie viel brauchst du denn wie viel redstone viel oder 18 werden nee quatsch mal ach nee das sind nur sechs die ich brauche und dann muss ich in der mitte doch ich die stone machen oder war das lied stone aus das lied stone vor allen dingen auch was auf geh du mal gegen mal geh du mal geh du mal eisen weiter ausgießen ich gehe kurz ins nether und hol da redstone ohr also da sind ja ein paar mehr drin das müsste eigentlich ein wenig mehr bringen gut ich mache noch schnell ein bisschen zieht und ein bisschen brot kann es sind auch noch vier stück drin macht er nichts okay wo haben wir denn das zeug ist dann fluid obendrauf auf der fluid transposer ja weil ich glaube ich nicht genau weiß wie das da ging mit dem fluid transposer ich habe es ja genau körper haben wir da und wir da so fuhr quatsch stimmt irgendwas mit unserem strom hier nicht oder zieht der pulverizer zu viel strom ja der pulverizer wird jetzt wahrscheinlich wieder ordentlich ziehen weil ich den voll geballert habe der squeezer läuft gerade nicht aber der hat 399 das sieht doch nach nether äh nach redstone aus er ist voll mit strom aber der macht nichts mit dem seeds was soll denn das der squeezer ist ja wohl noch unten ne ja oh da ist ja viel iron drin ja einfach mal gerade ein bisschen ausgießen ich springen ich bringe das nether zurück das ich bringe das nether zurück ja genau ich bringe redstone zurück das nether kannst du auch mal ein bisschen bringen so zack zack lass die mobs da also wenn mich nicht alles täuscht war in einem nether redstone ohr wie viel drin zwölf dann müssten wir 48 jetzt haben wenn ich mal richtig zahlen 16 ok dann haben wir einen ganzen stack sau nice kommt einfach bei der ausgabe pulverizer kiste raus hol dir danke und wie weit bist du ich mache weiter gibt es mir denn die blöcke die eisenblöcke ich habe nur drauf eingeschafft so viel und 23 gut merci ja keine sache redstone nicht was links in dieser kiste oder was nein in der ausgabe kiste von pulverizer ach so ja schön dankeschön müsste ein bisschen was drin sein ähm warte mal hast du jetzt noch genügend redstone ja ne ich hab 30 gut dann muss ich mal eben gucken wie ging das gleich nochmal oh wird es noch ein block verdammt nein es wird kein iron block mehr naja egal so da waren sie ja wohl sechs stück sind ja noch so zack zack ein glas brauche ich auch noch moment ich könnte die ganze anlage natürlich auch dahin bauen warum kann ich nur noch einen machen oh ich hab schon wieder keine iron bars mehr was ein scheiß das man sowas dafür braucht ich bin doch nicht überfordert gerade wo haben wir denn glas haben wir unten in der kiste alles kann dann brauche ich noch ein bisschen lied eigentlich noch mal zwei pro den es reicht ja wir haben nur noch bundesglas und mach halt glas glas so easy ich hab noch 23 glas sehe ich gerade es reicht locker 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 macht ihr mal schnapp den locker und bleibt locker jetzt brauche ich noch 12 12 12 12 ja ojojojoj krasse scheiße das ist auch ein crafting tipp muss ich noch ein bisschen pulverisieren alter dieser multiplock den man dafür braucht für das ganze crafting gedöns der ist einfach so was von eisen intensiv ich hab jetzt schon fast keins mehr krass sag mal wie viel eisen haben wir in den letzten zwei folgen produziert keine ahnung viel zu viel krass alter schon krass alter voll krass man körper oder gravel fuck ey ach quatsch was mach ich denn da äh gravel da ist noch gravel nein komm her krabbel ach seolo bitte was so jetzt ach ne mhm sludge boiler arbeitet eh grad nicht gut dann nehme ich ihn jetzt mit dann habe ich natürlich keinen platz mehr im momentar ich mach mir mal eben schnell eine kiste und stell die einfach da hin die jalapeño ich habe es ausgelassen so gut den rest auch mal kurz mit rein das wird gleich alles mal geordnet hier das weg weg die brauche ich doch noch menschen so dass ich jetzt wieder platz kann ich da weg machen kann ich abreißen mit fromage käse ja ich mag käse auch ein bisschen sehr des quarts in pulverisierter form um bau dich ab sehr gut um das bräuchte natürlich um muss so muss okay Ne, mach ich das nicht, das ist der auch der Nen. Das bleibt noch mal kurz da stehen. Und dann kann es endlich losgehen. Mach mal noch 57 Redstone in unsere Redstone Kiste, ne? Ja. So. Dann müsste jetzt offen sein, sehr gut. Stopp. 3 kann ich direkt behalten. 31, gut. 1, 2, 3. Das ist einmal eine Verbindung. Warum packe ich denn mein Dirtweg, das ist doch meine Treppe. Was, eine Dirtetreppe? Eine Dirtetreppe, ja. Dirtetreppe. Dirtest Dancing. Was für ein Scheißfilm. Hast du gesehen? Oh, ja. Der war echt so schiss. Und ich bereue es. Ja, der war echt so schiss. Ich habe erst gedacht, ja cool, hier schön mal Dirty Dancing auf den Arm holen. Ja, ja, ja. Leute. Arschgeleckt. Also, wer im Glashaus sitzt, ne? Sollte dich mit Schweinen werfen. Hm, kann man in Minecraft eigentlich Schweine werfen? Ach, es gibt bestimmt da Möglichkeiten, ne? Gibt bestimmt eine Schweinewerf-Mod. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es gibt doch, es gibt doch ein, äh, es ist hier ein Cat, ähm, in Minecraft, also ein Mod. Und das ist halt keine Katze, sondern ein Schwein mit einem Regenbogen. Und das kann man mit so einem Werfer durch die Gegend katapultieren. Cool. Das ist echt cool. So. Kann ich da ran? Kann ich da sehen? Ja, ich kann es sehen. Komm mal ran. Stellen wir noch ein bisschen Zeug her. Ja. Du, unsere, unser, unser, ähm, blablabla. Holz wird jetzt im Keller landen, ja? Okay. Hm, jetzt brauche ich wieder Glas. Oh Gott. Haben wir hier noch Sand an dem Block of Quartz? Okay. Okay. Egal. Ob ich jetzt da oder da mache. Sand, 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 das, Sand. Drei Stück. Super. Nicht mehr. Das ist nicht viel. Ähm, haben wir noch Ressourcen für einen Lava-Generator, also mit in Gnichilf Extruder und so weiter? Normalerweise ja. So. Gut, dann mache ich nämlich jetzt für die Baumfarm ein anderes Energiekonzept. Fehlt noch irgendwas? Eier. Und was? Na, Magma. Magma-Gandhi. Das ist total am Sinn vorbei. Nee, es ist nicht. Der produziert doch seine eigene Energie. Ja, aber wir können dann auch zum Beispiel, ähm, mal komplett auf Holz verzichten und stellen auf Weizen oder auf Möhren oder Kartoffeln um. Uns bleibt dann halt mehr Möglichkeiten. Uns bleiben mehr Möglichkeiten. Können wir damit aber nicht. Doch, klar. Nein, da brauchen wir andere Maschinen für. Wieso? Ähm, hä? Sonst habe ich auch immer mit, mit, mit dem Harvester einfach Weed eingebaut. Mh, da bin ich mir jetzt, da bin ich mir aber jetzt äußerst, äußerst unsicher, ob das geht. Doch, doch, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ganz, ganz, ganz sicher. Wie du meinst? Aber nicht rumweinen, wenn es nachher nicht geht. Ah, ist sowieso gut, dann haben wir mal Holz. Hey, mehr Holz, noch mehr Holz, wahr auf. Wir hätten lieber Eisen. Dann bauen wir halt Eisenbäume. Oh, das ist eine gute Idee. Das wäre toll, wenn das gehen würde, ne? Oh ja. Oh, ich habe gerade schon wieder zwei Blöcke verkraftet. Zwei Eisenblöcke. Jupp. Oh, du bist ja echt am Eisen verhauen. Aber es macht ja auch Sinn, dieses Lagersystem, das wird uns so viel Zeit sparen. Weil wir beide so schlecht organisiert sind. Jupp. So, ich brauche jetzt noch sechs davon. Oh, ich brauche einfach Eisen. Ich komme ohne Eisen nicht mehr voran. Hä? Na gerade. Ich glaube, ich muss mir eine andere Beschäftigung suchen, bis wieder mehr Eisen gesiebt ist. Ich mag das. Wie der. Machen wir nochmal ein bisschen Crevel. Oh, es kommt noch kein Crevel da. Wie geht das? Was ist hier los? Ja, da was. Hä? Das verstehe ich nicht. So, jetzt sind nochmal 13 Eisen da, aber das ist auch nicht die Welt. Ne, vielleicht noch ein bisschen Eisen. Ich kann keine Kabel mehr. Was für Kabel? Ich habe Kabel. Ich habe Kabel. Kabel kann man nur an Kabel heften neuerdings. Kann man nicht so platzieren. Komisch. Du hast noch Kabel? Ich habe noch Kabel. ME Kabel oder Leadstone Energy Conduit? Sowohl als auch. Ne, mein ME Kabel habe ich gerade verkraftet. Das brauche ich eh nicht. Aber Leadstone Energy Conduit habe ich noch 4 Stück. Brauche ich eigentlich nicht. Wo bist du im Keller? Ja, aber ich habe noch 28. Keine Ahnung. Ach du hast es dir einfach gemacht. 1, 2, 3, 4. Ach du, die brauchen wir öfter. Keine Angst. Wir liegen da. Wir liegen da. Wir liegen da. Hallo. Hebst du sie bitte auf? Vor sie wechseln. Danke. Ach das dauert ewig. Alter Vater. Was machst du denn jetzt dafür mal Lava? Ich stelle... Na ich voll idiot. Ach komm ey. Kinsey. Ach das war schon die letzte. Du wolltest doch Magma Couchable machen und so. Ich wurde gerade angeschrieben. Was ist denn hier los? Wer schießt denn auf mich? Hab da ein Skelett hinter mir her? Haha, in der Lederrüstung. Nice. Oh, ein Leder Skelett. Das hat mich ein bisschen goscheln. Bisschen gay ausgesehen. Ähm, ja. Melzen wir mal nochmal Eisen ein. Erstmal ein Couchable. Raumwandel. Haben wir noch? Wo haben wir denn? Hatte ich doch eben noch. Ist im Keller wieder. Ja egal. Ich nehme die von oben hier. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. 19 Bone Meal reicht. Nein, warte mal. Wie viel brauche ich? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Ok, 7. Wer ist... Wie geht das Lied nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist bla 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 geblieben? Äh, weiß ich nicht. Ach, Amateur. Hat hier noch ein... Oh, da ist auch noch Iron. 1, 2. Ich bin hier unsere ganzen... ganzen Formen von... von Iron am... Ach, du Mistvieh. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Vom Sinne so viele Monster. Irgendwas muss da schieflaufen. War zu den Clay. Da ist er ja. Hm. Ich pack dir mal mein Schwert in die Leiste. Oh, nicht in meine, bitte. Ne, ne. Ach, da ist auch schon die fertige Version. Okay. Ich pack mein Schwert nicht in deine Scheide. Leiste. Leiste hast du gesagt. Achso. Okay. So, jetzt habe ich ein Crucible im Rohschuh stand. Im Rohschuh stand? Rohschuh stand. Äh, haben wir da noch Kohle? Ach ne, aber Holz geht auch. Ähm, dann brauche ich noch ein Ignisius Extruder. Wir haben übrigens nur noch drei Minuten. Ja, ich mach mir das zum nächsten Mal. Ich glaube ich mach mir mal als hättet ihr, was ich vorhabe. Ignisius Extruder. Maschinenframe haben wir noch nicht mehr. Oder? Haben wir noch Maschinenframe? Haben wir hier irgendwo noch mal Maschinenframe? Wo sind Technikkiste? Irgendwo hab ich schon mal Maschinenframes gemacht. Da wo Technik trifft steht du delbes. Da ist, äh, kein Maschinenframe mehr drin. Entertainment Pump ist da drin, wow. Ah, da werden auch noch... Da sind ja auch Maschinenframes drin. 58 Redstone sind da noch drin. Ja, dann mach die mal da oben rein. Ja, mach ich. In die Redstone Kiste, wo man quasi direkt vorbeikommt. Ja. Nehme ich jetzt erstmal mit hoch. Aber was ich jetzt brauche ist, ähm, Maschinenframe. Dafür brauche ich Gold, äh, Eisen. Nein. Doch. Ah ne, Aluminium geht auch. Haben wir noch? Ja, hol, hol Alu. Gold kann ich dir geben. Ja. Gold hab ich noch. Über einen Stack. Gibst du mir einen? Ja, einen. Ja. Glas hab ich auch noch. Das waren mehrere. Muss reichen, oder? Ja, das war anzüchig. Jo, alles klar. Ich glaub dafür mach ich mal gleich noch mal bisschen Bling Bling hier. Uhuh. Silber. Lass mich raten, wir haben kein Alu fertig. Noch einen. Fertig sicher nicht, aber vorrätig hundertprozentig noch massig. Ja, aber nur gebrochen halt, ne? Oh, gebrochen. Könntest du mir meinen Hammer wieder leihen? Please lend me euren Hammer. Äh, ja. Ja, warte. Ich mach grad hier Sand rein. Äh, und zack. Oh, Schüttelfrost. Danke. Danke für den Schüttelfrost. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wo soll ich Kohle hole? Wie pack ich nochmal was wieder in die Kiste rein? Shift, ne? Nein. Einfach mit Rechtsklick draufklicken. Alles klar. Gut, ähm, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich seh grad da hinten sind Monster. Sind die wieder im Keller? Im Keller? Ja, das ist wieder ein Creeper. Aber wir haben auch... Oh, 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 ein Ender. Kommt auf mir zu. Ich muss noch unten gucken. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Minecraft Sky Solated mit dem Kinsey und dem Lootoke aufs Brot. Jo. Macht's gut. Wir haben noch 15 Sekunden. Ciao. Tschüssi.